Ja, hi und willkommen zu einem neuen Video hier auf Check That Snack und heute testen wir PAN DI STELE, IL BISCOTTO und ich habe keine Ahnung was das ist, irgendwelche Kekse, zumindest sieht das so aus, das ist ein italienisches Produkt und es steht alles auch nur auf italienisch drauf, deswegen ich habe keine Ahnung. Zeigt das einfach mal, falls ihr italienisch könnt, dann könnt ihr euch das ja durchlesen. Ja, ich werde einfach dazu übergehen, das Ganze gleich zu öffnen und dann schauen wir da einfach mal rein. So sieht das Ganze aus, okay, interessant. Das sind so Kekse mit so Sternen drauf, okay, das sieht interessant aus. Ja, das sieht also so ein bisschen aus wie so, der Keks sieht so aus wie so ein Oreo Keks, vielleicht ein bisschen heller, bisschen größer. Also das Braune vom Oreo Keks meine ich natürlich und jetzt probieren wir das mal. Geschmacklich muss ich sagen, erinnern die mich auch so ein bisschen an Oreos, nur eben ohne die Creme dazwischen. Finde ich eigentlich auch ganz gut, durch diese Zuckerstreusel, die man da sieht und diese Sterne ist das Ganze auch gut crunchy. Also kann ich wirklich nur empfehlen, sind sehr lecker. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das schon mal probiert? Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.